Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Routes. So, ich habe mich ziemlich ausgelehrt. Da haben wir den Helm, da haben wir das Werkzeug. Wir haben... Das war die letzte Insel. Da haben wir Caravan Town. Hier könnte alles vollständig sein. Hier auch. Hier fehlt mir definitiv noch ein Eintrag. Und mir fehlt noch ein Ladegerätteil. Das heißt, wir müssen definitiv noch einmal rübersuchen. Können wir noch etwas ausladen? Nein, ich würde sagen, wir bleiben so. Ein Tier war, glaube ich, weg, oder? Jetzt können wir noch einmal nachschauen. Ich glaube, die Ziege war weg oder sowas. Genau. Händel und das Alpaka sind noch da. Ähm, ihr habt kein Wasser... Oh, Wasser. Ich bringe euch Wasser. Gut, dass ich noch einmal geschaut habe, bevor ich gegangen bin. Chips. So, benötigt Wasser. Das hier ist noch nicht ganz so dringend. So. Die Batterie ist noch voll genug. Sehr gut. Gut. Ich kann auch noch was trinken. Das da rein. Das da rein. Ja, ja, lass mal da. Ja, es wird Zeit, dass ich meine Stimme wieder normalisierde. Ich würde mich freuen. Es ist immer noch Nacht, dann schlafen wir mal kurz eine Runde. So, und wenn es jetzt hell ist, dann gehen wir noch einmal ab zu kommen. Also, ein Ladegerätteil fehlt mir noch. Also, ich glaube, da herumsen hatten wir alles abgesucht. Ja, da war sonst, glaube ich, nichts mehr. Okay. Da war der Brunnen, den hatten wir schon. Da war der Brunnen, den hatten wir auch schon. Okay. 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 Uh-huh. 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 Wir hatten ja auch schon alles abgesucht. Hier waren wir auch. Wir auch. Haben wir die Häuschen da unten? Ja, da war ich, glaube ich. Stimmt, da waren wir. Die Häuser hier hatten wir auch schon durchsucht. Da haben wir auch schon. Da waren wir sogar oben. Da oben waren wir eigentlich auch schon. So. Da war ich auch. Okay. Da oben ist noch eine Kiste. Okay. 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 Aber sonst braucht es auch nichts mehr. Diese Häuschen hier haben wir abgesucht. Ich glaube, da war ich in allen drinnen. Ich meine, hier war es dunkel. Wir können ja noch mal schauen. Neat, komm mal da irgendwie rein. Oh, da hinten. Das Messer kann ich nicht nehmen. Ja gut. Komm ich da rüber. Ja, komm ich. Ja, komm ich. Okay, hier ist aber aus. Da gab es auch keinen anderen Weg. Da war man drinnen, da kann man hoch. Da war man drinnen, da kann man hoch. Sehr gut. Das war jetzt gleich beim Major, oder? Ich glaube, wir müssen darüber. Müssen wir noch mal suchen, wo wir das Ladegerät hier kriegen. Und an den Hinweis fehlt mir ja auch noch. Ich habe noch den letzten Hinweis fehlt mir. Oh. Was war denn das jetzt? Genau. Ich schreibe dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du aus meinen Fehlern lernen wirst. Ich war Leiter des Projekts Reformation. Unser Ziel war es, die tote Erde Afrikas wieder fruchtbar zu machen. Wir haben Flüsse ausgehoben und Bäume gepflanzt. Ich musste sogar lernen, wie man einen Traktor steuert. Irgendwann werde ich dir erklären, was das ist. Es wurde immer heißer und heißer und die Arbeit wurde immer schwerer und kostete immer mehr Geld. Was den Eigentümern dieses Geldes nicht gefiel. Geld war etwas, mit dem wir gehandelt haben. Man konnte es nicht essen, ja nicht einmal ein Loch damit stopfen. Aber es war wertvoller als alles auf der Welt. Ich hätte etwas sagen sollen, aber stattdessen habe ich zugelassen, dass den anderen die Schuld zugeschoben wurde. Dann sind die reichen Leute gegen Süden verschwunden und jetzt ist außer kargen Felsen nichts mehr übrig. Früher streckte sich das Land bis hinter den Horizont. Man konnte ewig rennen, ohne je den Ozean zu erreichen. Es tut mir leid, dass du das nie zu Gesicht bekommen wirst. Denk an meine Orte, Samir. Vergiss sie nicht. Und wenn du einmal Land findest, halte es in Ehren und teile die Erinnerung an all die Dinge, die wir verloren haben, mit anderen. Deine Mutter Miriam. Ja, ich würde sagen, das war das, was ich gesucht habe. Ja, das war das, wo ich abgehungert habe, weil es dunkel war, glaube ich. Da war ich aber schon drinnen. Ich habe echt nur den einen Wohnraum übersehen. Das sieht fast so aus, oder? Okay, jetzt gehen wir rüber zum Meteor. Oder wir schauen zuerst hier, aber ich glaube, hier war es nicht. Hier war nur... Ne, hier war es nicht. Hier war das andere. Hier war die Seilrutsche. Gut, dann schauen wir mal weiter. Da geht es nach oben. Ah, die Seilrutsche macht Spaß. Gibt es ja zu. Da. Du kannst jetzt erforschen. Ladegerät. Juppie. Sehr gut. Da drüben waren wir. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich glaube, jetzt haben wir hier wirklich alles. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Die Insel finde ich auf jeden Fall echt super gemacht. Falt mal. Mhm, das Fahrrad. Gut, dann müssen wir doch in die Richtung. So, dann hoffen wir, dass die anderen zwei, vier noch da sind. Also, mein Alpaka und mein Hund. Juppie. Die zwei sind da. Sehr gut. Und wir können nochmals schauen. Die nächsten Koordinaten sind 5066. 5066. Ja, das war die falsche Richtung. 5066. Aha, dazu müssen wir zuerst einmal an der Insel vorbei. So, wir können hier jetzt einfach einmal ablegen. Ich bin voll. Moment. Moment. Bis zum nächsten Mal. Oh, okay. Worst. So, und als nächstes gehen wir mal hierher. Wir können nämlich jetzt, was ist das? Titan-Bahn. Wie soll man an die Titan-Bahn kommen? Woher sollen wir Titan-Bahn kriegen? W-mh-mh-mh. Töne, und jetzt wollen wir die Titan-Bahn kommen. Hhm! Fluchten, und jetzt wollen wir die Titan-Bahn. Oh, keine Titan-Bahn. Okay. Dann müssen wir noch warten und weiterschauen. Mir wird jetzt nichts neues aufgefallen. Plastik haben wir noch. So wie es aussieht, bewegen wir uns keinen Millimeter weg von hier. Meil. Wir gehen auch noch ein bisschen. Haben wir jetzt weg? Wir gehen jetzt weg. Aha. Das reicht nicht. Ich muss wohl. Halt, wir drehen uns jetzt im Kreis. Komm mal. Wir müssen jetzt die Insel hinter uns. Ja. 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 Tschüss. Aha. Neun Stück können wir. Können wir die mal zumachen. So, wir müssen ja nur dran vorbei. Wie man Titan macht, müssen wir noch was finden. Ja. 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 Jetzt können wir mal schauen, ob wir auf Kurs sind. Ja, doch, ziemlich So, was macht man Bienenstock? Passiert eigentlich irgendwas? Hm Nicht wirklich Oh, ich nehme an, Honig Haben wir noch Honig? Können aber Honig herstellen, glaube ich Teilrutsche, ja Vielleicht können wir das mit Teil Honig, Warbe und Klar Und Glas Okay Wir könnten Oh, da fehlen wir noch Unig so drei honig haben wir noch wir haben doch noch zweimal Hai so 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 ok also mal angenommen hier jetzt bräuchte ich nur Plastik noch einmal Plastik nee da war kein Plastik drin so 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 Schauen wir mal, wie weit wir noch haben. 900 Da drüben könnte man Honig sammeln, das sollte man vielleicht auch machen. Das ist eine schöne Insel. Das ist eine schöne Insel. Das ist eine schöne Insel. Die Insel schauen wir uns auch an. Ja, aber nicht mal heute, sondern ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Und dann sage ich euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.